Ich bin die Erika, ich freue mich sehr, dass wir einen neuen Radiosender in Frankfurt haben und ich grüße meine ganze Familie. Hallo, mein Name ist Jens Hüring, ich freue mich, dass es einen neuen Radiosender in Frankfurt gibt und ich grüße die Sportfreundin des Frankfurter Ruder Club 382. Vielen Dank.